Hallöchen und herzlich willkommen hier auf unserer Zuzach-Map Kei Wasser oi hei wo Kei Wasser mehr oi belaunen könne das Wasser geht richtig in den Boden rein so fertig kommt er oder kommt er nicht? müsste Palim ich hab gesagt Palim Palim geht doch so immer 15 Zeit ist immer am besten achso ist er grad leer hier ne können wir auch ein bisschen Mumu holen jetzt haben wir wieder Geld haben nämlich ein paar ein bisschen Ding verkauft ähm Kühe Rinder Kühe ne Kühe ne das ist ja voll 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 das ist voll ähm jo ne ah Holz ne wir haben ja kein Geld komm wir fahren auf die andere Seite dann fahren wir doch einfach auf die andere Seite ähm jo ne so muss das ich muss jetzt ein bisschen voraufnehmen ich muss jetzt ein bisschen voraufnehmen ich keine Zeit habe Weihnachten ist vor der Tür ne da kann ich nicht aufnehmen weil ich das Haus voll haben mit Leuten da kann ich natürlich nicht aufnehmen und dann äh muss natürlich hier ein bisschen vorproduziert werden so ansonsten geht das ich wollte eigentlich noch ich wollte ja auch noch scheiße ich wollte ja eigentlich auch noch Ding machen hier ne ach grüß ich wix ja aber LPT wohl die morgen ja aber noch keine Zeit wann machen wir denn LPT nee wann machen wir denn LPT LPT ah ne scheiße kostet Geld ich wollte gerade hier den Hackschnitzel Kokschnitzel rein kippe aber das kostet ah ich sagte ja theoretisch 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 hätte ich warte mal wie viel kostet wie viel bringt man denn überhaupt das Kakschnitzel woher denn hier was das ist ja gar nix 196 kriege ich ja gar kein Geld scheiße das ist aber scheiße ach menno um dann ist aber nicht so viel das rendiert sich auch gar nicht gut die Masse macht es aber nee so gehen wir hier entlang kleine Abkürzung hier ein Hinterhof kleiner Tipp hier oh da wächst schon groß von der Autos nö da vorn keine Autos dann könnte man jetzt hier gleich hier mal abdüssen hier nach oben direkt nach oben was ist das hier zu grünen da haben wir noch kein Geld ich hände die doch nicht hier mit dem Einzelnen nee das geht nicht Gülle fahren müssen wir auch noch irgendwann ne hier die ganze die ganze Wiese hier Gülle ja da brauchen wir ein bisschen viel Gülle du so ein paar hunderttausend Liter brauchen wir schon hier ne ah das sieht aber schön aus so wieder oben wie viel haben wir denn jetzt schon ja die Kloppen 200 das ist ja nicht so viel ach das reicht doch nicht das reicht nicht scheiße was machen wir denn jetzt das gibt aber auch nicht so viel ne ich hab mir ein bisschen zu wenig eingestellt das letztes Mal hab ich viel mehr gehabt 5.000 äh 5 Tagen hab ich äh 2.000 gehabt hab ich vielleicht ein bisschen zu wenig eingeschaltet hier auch nö das ist aber doof haaa das ist scheiße was machen wir denn jetzt hochstellen oder so lassen mhm ein bisschen höher war schon cool ne weil ich will ja was verdienen hier 200 Liter das ist ja hier das bringt ja eine Kuh raus hier ne ne stimmt nicht das sind die ungefähr heiii die scheiße spitzt du oder was kommt der heiii die scheiße ich bin gar nicht gesehen blöder Affe meinen schönen Hänger kaputt machen wolle du wolle 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 hab ich doch auch warte mal 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 nö hab ich nicht doof dat ist blöd ich hab gedacht ich erregler war letztes mal ne scheiße im letzten save game wo ich gehabt hab hab ich das gehabt ne ach nö hab ich gedacht wir könnten mal Wolle holen aber Wolle bringt ja auchanter so viel machen wir mal einen Guckuck Wolle hier 19.000 w gebe ich das scheiße krass 19.000 das ist auch viel gut das ist ja hier die haben ja nicht so viele die Proletten ich habe ja so Spielzeugen aber mit 200 Liter Krieg ich nicht mal Palette von dir ich kann sie Kornilow Vorlöwe war Kiel ich bin mein Fan zurück Kipp was das war es schon ach dat ging aber flott dat war jetzt aber hier können wir raus ah scheiße wenn wir gucken können wir noch schon Bier haben scheiße ich fahre immer falsch ich da ist Kieler Kulien die die Verlöben ist offene was auch brauchen was auch wo so um kein Hydrant hier in die Gornix auch ich schaue sie die Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll, ne? Ich weiß gar nichts. Gibt ja nichts Neues zu erzählen, jetzt hier, so, ne? Was gibt es denn? Naja, gar nichts, ne? Ich will hier Zuckerrohr, Zuckerrohr wäre nicht schlecht, ne? Aber die ganze Scheiße hier, die mit dem... Und dann muss ich hier die ganzen Pflanzen wieder neu machen, weißt du? Mit dem Gras und so. Das ist ja alles in einer GLE drin. Das wird jetzt aufgeteilt. Wahrscheinlich haben sie das mit Farben gemacht oder so. Aber das ist jetzt nicht so nett. Ne, ne. Das ist es nicht. Was machen wir denn jetzt? Ich habe ja eine Kopie gemacht von der Map. Aber hier, das Scheiße, einmal... Das ist einfach nur kacke. Wäre schon cool gewesen hier, wenn wir jetzt Zuckerrohr und so, ne? Läuft natürlich nicht gut mit dem Season-Mod. Aber da gibt es, glaube ich, schon ein Update. So wie ich es gesehen habe beim Mood-Hab. Aber das weißt man ja nicht, ne? Warte mal, mal gucken hier. Was macht ihr denn da? Du sollst arbeiten und ich hier so dumm fahren. Bist du bescheuert? Gibt ja auch nicht viel von dem Zeug hier. Hä? Ist aber auch komisch hier, ne? Normalerweise kriege ich immer so ein Feld, kriege ich mehr. Also jetzt normalerweise bei anderen Maps. Das ist genau die gleiche leere Map wie sonst, ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir kriegen hier gar nichts. Die Felder sind eigentlich okay groß, oder? Die sind jetzt nicht zu klein, oder so. Nein, die sind doch okay. Also normal größer, ne? Gut, da gibt es schon größere, aber... Das ist jetzt nicht hier, dass es so kleiner wäre, ne? Na, 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 bremst doch, bremst doch, bremst doch. Bremst nicht, du blöder Affe. Ich will einfach nicht bremsen. Äh. Putzt da einmal mal die Scheiben hier, oder was? Das siehst du ja gar nichts mehr. Ich habe noch irgendwo einen Kärscher, oder so, was, ne? Wo ist die Maus? Hier ist die Maus. Wo ist er denn hier jetzt mit dem Platz hier bauen? Wo ist er denn hier? Kärscher? Hallo? Äh, nee, was? I, was? Nee, da, hier. Kärscher. Da gehen wir mit dem Kärscher. Äh. Da haben wir keinen Platz. Können wir denn hier den Kärscher hinballern? Ja, hier passt. Gut. Gehen wir nachher ein bisschen Kärschern. Ich passe ja normalerweise niemanden, aber wenn du nichts mehr siehst hier, also, nee, das geht ja gar nicht. Ich will nicht mal die Anzeigen gehen hier. Das hat er wieder. Ah. Und bitte? Nochmal? Ah, okay, das geht auch vorne. Wenn ich reverse, dann geht's reverse. Okay. Was ist denn jetzt hier mit meinem Ohr? Also, heute läuft gar nichts, du. Das ist doch hier wieder zum Katzen. So, kipp ab. So, was haben wir denn sonst noch hier? Der muss weg hier. Kommt einen großen Drescher. Einen großen Drescher. Wo ist ich groß, Mann? Kannst du voll ne reden, ne? Es kommt ein großer Drescher. Und der muss hier rein. Ja, genau. Fährt er rein. Hallo, weidi. Ah, hier sind übrigens die Schweine, ne? Hab ich schon mal gesagt, aber ich sag's trotzdem nochmal. Ich sag's immer wieder gerne. Man hat sogar Platz für Ballen. So. Geiles Sound, hier, ne? Nun, 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 nun. Au. Ach, wir können ja endlich mal. Kehr schon. Pützen. So. Augenlau machen wir zu, sonst geht das ganze Wasser rein. Was machen wir denn jetzt? Nö. Drinsitzen siehst du ja gar nichts. Da zieh ich denn nichts. Warte mal, mal gucken. Wenn ich jetzt aussteige? Ja, doch, dann geht die, ja, die Leiter kommt nach. Okay. Ja, äh, ne? Er springt raus und dann kommt die Leiter. Hm, das ist gut. Der könnte ja gar nicht raus. Ey, wenn das kaputt geht, dann kannst du auch nicht mehr. Ah, ne, das musst du wahrscheinlich von Hand runterlassen, ne? Weil das elektronisch wäre, ein Dräischer steht wie im Brand. Du kommst nicht raus, du bist da drin und musst verbrennen. Das ist eine Komal. Nee, da, 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 da wäre ja sicher heisst das nicht, ne? Da würde ja der Typ sagen. Nee, da, 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 da ist. Hey, wo fahre ich denn hin? Nee, aber da muss ich gucken. Was ist denn das hier? Äh, das ist ein Hebel. Äh, 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 äh. Keine Ahnung. Hehehe. Ich hab noch keine Ahnung. So, so, so. Gehen wir denn da rein? Jo, gehen wir rein. Ich hab nicht überall die Kohli weggemacht bei den... Äh, äh, Straßenlampen, ne? Zum Beispiel hier ist keine Kohli. So, da lassen wir das ruhig noch. Gehen wir püzen. Licht aus. Dann sieht man den Dreck ja. Na, geht's weg oder geht's nicht weg? Also langsam geht's weg. Das ist wie neu streicheln, ne? Nee, da, da, da war schon da oben, ne? Oder ist das auch Schmutz? Nach vorne noch ein bisschen hier und da noch ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Unter den Achsel noch ein bisschen, hier so. Da unten noch rein. Da muss alles raus. So. Na, jetzt sieht er doch wieder. Mal gucken, ob er wieder ausse... Ah, wir sehen wieder was. Schön. Lass mal gleich hier stehen. Ach, der ist ja auch dreckig. Oh, das geht nicht. Das ist schon hier, das geht. Hehehe. Der ist ja auch dreckig. Alles ist dreckig hier. Hier. Wo können wir denn jetzt das verkaufen? Wo können wir denn jetzt verkaufen? Was haben wir denn hier? D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Dat hier. Äh, da ist ein 300 beim Herdmann. Der Föhrermarkt zum Herdmann. Dat ist eigentlich nicht so geplant, dass man da in der Nähe schon zu viel Geld kriegt, ne? Eigentlich wäre es ja weiter weg. Aber das ist ja fast gleich weit weg, ne? Wenn man über den Hügel geht, ist man schon im Dorf oben. Beim Bahnhof ist man eigentlich auch schnell. Also, buch. Das reicht. Wir sind diese Idioten hier auf der Straße, ne? Geh weg. Ich bin so froh, dass das Lenkrad wieder geht. Yay! Na gut, ich hab's ja selber korrigiert. Aber es ist immer noch besser, wenn man scheint, dass es direkt so macht. Der wackelt sich ganz schön, der hat eine Kabinenfederung. Wie! Auf die Bremse! Und rein! Und rein! Ja, was langweilig ist, muss man halt ein bisschen hier, was denn so ein bisschen hier so? Larivari und so was machen, ne? So schön abgibt und da, bisschen cool. Wir kriegen mal dann 17.000, wenn wir ganze Arbeit für 17.000, ne? Da trennt die jetzt nicht, was haben wir denn hier? Warte mal, also, also, für den brauchen wir auch noch ein bisschen. Unsere Produktionskörner, die benutzt sich eigentlich nur zum Produzieren, ne? Ähm, hier hinten beim Bier zum Beispiel, oder Mehl. Oder, oder, äh... Hey, ist mir was eingefallen hier? Es gibt doch, es gibt doch hier die, 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 die Dinger. Hier, Sojabohnen, Milch, scheiß die Wand an. Könnt man das nicht einfach hier... Das könnte man! Ha, ha! Das wäre natürlich auch ne Idee, ne? Hier Sojamilchen, dann könnten wir das als Milch verkaufen. Ne, geht das? Es geht schon, oder? Ist es nicht, dass Sojamilch, ist es nicht, dass Sojamilch, ist es nicht, dass es Ding wo die Ökos fressen? Also, jetzt, je, 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 je. Ist das nicht so? Ich bin Vegetarier, ich geh zu McDonalds. Ja, ist echt so. Ich hätte gerne einen vegetarischen Burger. Watt, willst du hier, Pflanzenburger oder was? Nee. Es gibt ja bald, äh, hier die Käferburger, ne? Also, hier die, ja, gibt es echt schon zu kaufen. Äh, hier so Käferfleisch. Nee, baubau. Nee, 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 ne? Ja, gibt es, äh, hier bald, ne? Gibt es, äh, ein Schnitzel, ein Käferschnitzel. Hahaha, Aber, naja, wenn ich nüsse essen will, dann äh, ned ich nüsse und nicht Käfer. aber solange es gesund ist ist man doch alles man tun wir nicht wir müssen jetzt wirklich aufhören weil unsere Zeit so ich sag tschüss bis zum nächsten Mal und ich überleg mir noch was und ich gucke noch wegen dem Multifruit wenn ich hab wenn ich hab machen wir da weiter kopiere ich die ganzen Fahrzeuge rüber in meinen Dings ne Multifruit und dann sag mal mit Multifruit weiter und dann hier so ein bisschen gucken na was macht er denn ich gucke noch mal so ein bisschen also bis dann Tschüss